hallo und herzlich willkommen bei let's play don't list heißt don't let's oder kotlet keine ahnung ist nicht so schlimm der name ist nicht so wichtig hallo alizie mahlzeit hallo so also wir haben es schon mal geschafft uns gegenseitig einzuladen wer bist du denn typ da ich kann hier tolle bis weh da da lang emotes machen wir wollen versuchen zusammen mit einem quest zu kommen wir sind jetzt wahrscheinlich zwei verschiedenen instanzen wir sind schon mal eine party haben wir schon mal geschafft und wenn ich jetzt den quest anklicken ja start hand private hand wenn ich jetzt start hand mache kommst du dann mit ich drücke start hand mein ding hand ist jetzt mit dabei ja ich bin ready er lädt bei dir warte noch bist du da bist da ist die alizie guck mal wie ich aussehe jetzt siehst du mich ja zum ersten mal muss er drücken für ready siehst du mich nicht da stehen noch vier figuren ja ja ich bin da ja okay sehe ich ehrlich oder schick ja ja so sieht man auch heutzutage als frau von welt aha so also jawohl jawohl jemand scheibe abschneiden können herrlich okay so sind wir hier mit dem fliegerschen unterwegs Wir haben alle eine Spitzhacke dabei. Ich bin eins, die den Hammer hat. Zeig doch mal, wo der Hammer hängt. Jawoll. So, los geht's. Hier ist jeder Weg zum Einsammeln. Go! Ah, sind die roten Blümchen jetzt zum Einsammeln? Gebunden. Zack. Zack. Aber wieso habt ihr so eine fette Ausrüstung? Natürlich die fette Ausrüstung, ich hab nur einen dicken Hammer. Ja, ich hab das Anfangsschwert am Rücken hängen. Ja, dann musst du mal das andere Schwert ausrüsten. Wie denn? Im Inventar? Loadout? Kann ich dir jetzt nicht sagen, das war ja eben schon, das ist schon vorbei. Irgendwo kannst du die Waffe wechseln. Ist das hier? Da kann ich mich... Oh! Ich bin da irgendwo drauf gesprungen, dann ging ich nach oben. Weiß nicht, ob das hoch genug war. Wo seid ihr? Wo ist der Rest? Drei Prozent? Ich bin nur noch am Rumrennen. Was ist das? Ich höre dramatische Musik. Sammel Blümchen, hast du es geschafft dein Schwer zu wechseln? Ja, ne? Ne. Ne, oh. Ich sehe das im Inventar, aber ich kann es nicht wechseln. Ja. Und die rot euch sehen. Hier ist der Ziegenbock. Den werde ich mal zu poden. Ah! Der Ziegenbock ist nur Statistik. Da rennt einer. Wenn ich jetzt die anderen sehen würde, wäre ja schon cool. Den Simba sehe ich. Der ist hier. Ah! Für die alle drei. Wohin müssen wir? Na hoch oder was? Ich laufe hier auch rum wie irre. Und jetzt den Berg hoch bestimmt. Komm mit. Ich bin alles möglich am Einsammeln. Ja. Sonst sehe ich hier soweit im Moment nichts. Okay. Den Ziegenbock kann ich keinen verpassen. Wo ist er denn? Das Monster. Ich sehe nicht. Auch nicht. Hier ist eine schöne friedliche Insel. Hier weg von meinen Blöhmchen. So was. Fein. Nichts. Kann ich auch reden. Der zappelt da rum. Keiner weiß von uns irgendwie richtig wo lang. Oh. Da unten hat gerumst. Irgendwo rum. Kann das sein? Ja ja. Da unten. Ich sehe. Ich sehe. Richtung Südosten. Ja ja. Da gehen wir jetzt hin. Oh ja ja. Da muss vorsicht vorsicht. Erstmal. Immer drauf im Hammer. Echterlich Gewicht. Ach. Noch einmal im Hämmerchen. Weg. Wenn er piept und so geht man am besten mal kurz weg. Jetzt hüpft er. Jetzt hüpft er. Siehste. Bam. Hammer im Kreuz. Hepp. Oh. Weg mit der Böse. Einfach weggehen. Gehen. Guck. Geh. Immer auf den allerwertesten. Fass ein. Gehen. Also wenn man die Appel zu einen draufgekriegt hat dann geht man mal an dieses Ding da und hält er ruhig schon mal gedrückt ne. Gehen. Und plopp. Jo. Er hüpft wieder. Komm hier kriegst du voll eingeschenkt. Was ist denn. Kann ich mit. Ja. Daneben. Weg. Ruhe. Komm gib ihm einen. Der Hammer ist sehr langsam. Weiß nicht ob das meine Favourite Waffe wird hier. Komm hämmer mal drauf. Ist er schon tot? Ne. Oh ne. Wo sieht man denn wieviel Leben der noch hat? Keine Ahnung. Und immer drauf für auf die Rübe. Über die hässliche. Wohin? Da. Hinterher. Warum hat der da rum geschossen? Keine Ahnung. Hier hinterher. Noch eine eklige Feeplatte ohne gespitzen den Boden stampfen. Die rennen wie die Wilden. Also. Was wirklich sagen. Das macht Spaß. Oder? Auf jeden Fall. Ist man richtig Bock. Monster Prügel. Da unten ist er. Hä? Oh. What the fuck. Ob ich überlebe ich das? Kein Problem. Daneben. Auf dahin. Aua. Mistsack. Jetzt hat es mir weh getan. Muss ich sagen. Weg 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 weg. Heilung. Zàiuss. Sehr gut. Clock. Du bist doch blöd. Ich warte mal. Hier paar Pack Pfeifen. geht mal weg jetzt kommt er zurück kommt ich habe ein Hämmerchen und nochmal Bum 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 Check your stamina, okay Okay Ah, switch voll da reingejumpt Er quiekt Er quiekt Au, ich bin schon halbtot Wenig heiß War ich schon Auf die Rübe Rope Strike ist Bum Auf die Rübe Auf die Rübe Sehr gut Haben wir ihn zerquetscht Silver Gold Bronze Oh, ich habe nur Bronze Okay Radio Match oder zu spät Das war cool Das macht richtig Spaß Ja Vieh zu verhauen da Aber Hämmerchen ist Ne, das ist nicht schön Hämmerchen ist zu lahm Das ist nichts für mich Schwertchen hole ich mir dann auch Glaube ich So und jetzt Ah, jetzt geht's ab nach Hause Bin mal gespannt ob wir jetzt auf den selben Platz rauskommen Wäre ja nicht schlecht Naja, ich glaube das ist völlig uninteressant Du musst ja eh da deine Quests aber erledigen Stimmt Enter Ramsgate So Tag Ich sehe dich nicht Hier rum Ah, den Typen sehe ich Einen von denen sehe ich schon mal Den Deuce Doch irgendwas Bei mir lädt's nicht Du hast ihm im Training schwer zugekloppt, ne? Mhm Ja, siehste mal Waffen Upgrade Prima So, ich sehe den Simba Simba? Simba Der war auch mit bei uns im Team Aha Ne, den sehe ich nicht Let's Talk Captain Er hat einen neuen Quest für mich Ah Ja, aber Spielprinzip ist easy Ja Quests Für den Viecher verhauen Und neue Quests annehmen Ja, da gibt's Ich sehe schon Eine Maske gibt's da für mich Für den nächsten Quest Spielprinzip ist simpel Das ist schön gemacht Wirklich Das ist quasi der zweite Teil vom Angezockt hier Ich kann nur sagen Das macht wirklich Spaß Ist kostenlos Ne? Open Beta Wer ist der Kerl? Wann hast du? Weapon Up Complete one of his following Recruiting Sword Ja Ja Okay Mach ich Crafting Ich würde gerne ein Schwert machen Ja, gut, mach ich Clap Create Plup Jetzt habe ich ein Schwert So, und jetzt kann ich das upgraden? Jawohl Plup Item Upgrade One Hand One Hand Wieso ist das One Hand One Hand One Hand Und dann drückst du auf dein Schwert Und dann siehst du da drunter Hammer, Axt, Schwerte und sowas So, siehste Dann nehme ich das hier Sehr schön Jetzt habe ich dieses kleine Brotmesser in der Hand Prima Weg So, so sieht man das aus Sehr schön, hier ist der nächste Laden Hier gibt's Rüstung Cool Ich weiß überhaupt nichts Okay Da bekomme ich Okay Ich soll ein Klamotten upgraden Okay Accept Okay Was brauche ich denn dafür? Ich habe vier von den Utensilien Eine Maske sollte ich basteln Hat er gesagt, ne? Ich habe da noch gar keine Wieso soll ich die upgraden? Habe ich eine gekriegt? Plup Jetzt habe ich die upgraden Ja Item at maximal level Back Okay Prima Komplett So, jetzt würde ich die gerne mal anziehen Meine Maske Da ist sie Hepp Jetzt ist mein Bart versteckt Wie gemein So, da kann man sich aber Klamotten ausrüsten Und immer weiter Schwedchen basteln Und so Also, mir macht das richtig richtig Spaß Dann werden wir wohl Auch mal ein live stream von machen Ja Sieht auf jeden Fall gut aus Ja Was ist hier? Jetzt habe ich E-Version, jetzt passiert ja nicht Ach so, hier kann man Hier ist ein Marketplace Hier kann man natürlich Free to play game Natürlich kann man sich hier Klamotten kaufen Ob das jetzt natürlich hier Pay to win ist Und so Kann ich Absolut noch nicht sagen Auf jeden Fall kann ich sagen Das hat dir gemacht Riesig Spaß Ja Wenn wir dann jetzt Wir sind ja dann Heute Abend sehr wahrscheinlich zu viert Das wird richtig gut Glaub ich Ja Ja Dann können wir uns gehen Sieht an schnauzen Wer schuld ist Also Wenn wir hier schauen Was hier noch dabei kommt Aber ich glaube Das wird schon so ziemlich alles sein An für sich ausrüsten Äh Zeug machen Und dann Warte hier ist noch einer Was hat der denn hier? Der kann Laterne basteln Na Da werden wir als nächstes hinkommen Nehme ich an Dann wird wohl immer dickere Viecher finden Und die man da verhauen muss Und so weiter Also Ja So weit so gut Sag ich mal Ja Ich hab auch einen neuen Quest Den ich sehe Habe ich nur vergessen anzunehmen Da kann ich bestimmt meine Laterne verbessern Ja ich bin ja schon da Jetzt hier Ne ne Aha Nächste Hand Wäre am Start Müsste ich machen Stay alive Stay alive Jawohl So Okay Und was ist das hier für Für den Dingsbums hier Für den Ausfang Achso Der Ausfang ist quasi die Map Ja Cooles Ding Soweit Ich weiß ob da mehr zu sagen gibt Einfach ausprobieren Ich verlinkt das unter dem Video Ja Wo ihr euch da anmelden könnt Wo ihr ausprobieren könnt Wie lange die Open Beta geht Weiß ich leider nicht Ich würde auf jeden Fall zuschlagen Und ja Vergesst nicht Wenn ihr zocken wollt Sagen wir mal Ihr wollt um 8 Uhr zocken Dann würde ich um 7 Uhr Den PC einschmeißen Und mich da schon mal einloggen Weil die Wartenschlangen sind echt extrem lang Ja Leute Ich hoffe euch hat Spaß gemacht Wir sehen uns wieder In diesem Sinne Habe die Erde Daumen hoch Bis denne Tschüss Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal